Als Edelmetall-Investor hatte man es in den letzten Monaten nicht besonders einfach. Der Goldpreis hat die letzten Wochen eigentlich nur nach unten gezeigt. Und während die einen schon wieder Gold abschreiben, sagen die anderen, das ist nur eine Bodenbildungsphase und dann geht die Party nach oben erstmal richtig los. Hintergründe für den Wertverfall sind natürlich wie immer vorhanden. Zum Beispiel der relativ starke US-Dollar, der ja historisch gesehen immer so ein bisschen auf den Goldpreis gedrückt hat. Da stellt sich allerdings die Frage, wann geht es denn jetzt mit dem Goldpreis mal wieder richtig nach oben los? Und wo stehen wir vielleicht zum Jahresende? Nun, wo wir stehen, das kann euch sicherlich niemand sagen. Und ich persönlich sehe Gold auch eher so als strategisches und wertstabiles Investment über viele, viele Jahre und nicht als Spekulationsobjekt.